So, liebe Freak-Schüler, so sieht dein neuer Gaming-Stundenplan aus. Möchte sich jemand äußern? Ich seh es nicht ein, dass Fortnite in der ersten Stunde ist. Nein, Junge, lass Fortnite so und FIFA soll in der dritten Stunde sein. Ich finde, das Spiel Tetris muss auch in den Stundenplan rein. Junge, was ist das denn? Roblox soll raus, aber GTA soll rein. Du Idiot, GTA-Spiel ist ab 18. Das hört sich illegal an. Hä? Wartet mal, da unten steht Stundenplan nur für den Lehrer. Wie jetzt? Seid ihr jetzt alle fertig? Der Stundenplan ist nur für den Lehrer geeignet, also zocke ich und ihr schaut alle nur zu. Und jetzt hätten alle die Schlatte.